Ja Leute was geht und es geht weiter mit Let's Play Far Cry 3 hier mit mir dem Pirates wir machen wir machen jetzt weiter mit Far Cry 3 und pengen wir eigentlich was ich hin hier genau so wir können und ganz zu zweit gehen am 12 okay denn wir werden heute natürlich weiter die die Dinger jagen die wir heißen die sagt doch mal schnell okay ich wollte mich für speziell ist die Schädling jetzt sind schädling gleich mal das soll man kann der innerhalb vergleichen okay objekte ob ich noch objekte aber hier wird ja gestört ja gut messen was spezielles ich wollte ich würde jetzt haben für spezielle für spezielle für spezielle ist vor das da naja wo kann man das hier kaufen und ich schon dabei bin wir waren das les war warum das jetzt einzigartige waffen da ich doch meine ganze zeit ist ja auch gott mit sniper ist die besser ein sehr immerhin schredder ganz genau haben die tauschen mit der knoche der kräuter zurecht ich habe kein geld mehr dann machen wir jetzt mal weiter mit dem relikt und holen das und wird ja geil ist ja ein beschlossener wo ich ist hier den gebiet in den nächsten Jahren an der Kommandose hin okay im Falle ist mir dann und wohl ja mit uns ist ganz kurz die verkürze wurden die 3 auf 3 wir sind hier ach so kann ich von hier aus nach oben das kann ich von hier aus hinkomme oder ja gut gesichert im blutklar ruhe ruhe ok und tschüss und tschüss das hat aber nicht überlebt ok 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 habe ich denn noch diese dinge ja habe ich das haben wir hier noch zu machen wir können ja das den auch ein ich würde es ja ganz gerne ganz kurz war ein übernehmen das war sein das ist schon mal weg das ist beim kadaver noch nicht schlecht dann nehme ich das ganz kurz ein dann können wir weiter sammeln aber dann ist das immer weg habe ich ein neues versteck ich habe keinen bock zu verrecken und ich dann normalen ja genau das ist dann mal ein neues versteck suchen muss das wäre nicht so geil ja 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 da ich kann man auf jeden fall besser hin um aber und dann gehen wir mit dem dämpfe decker zerrotteln da wo ist ein hof von um so gut und starrungen oder die haben auch lange nicht mehr gefahren all den wir auch nicht lange nicht mehr gefahren den blutkadaver äh den blutkadaver helfen so was sind die für viele Viecher blutkadaver das andere ding auch ein schalter ich bin ja echt draus wer wagt bis hier mit dem grunde zu fuchten ich bin jetzt hier auf dem stein kann ja mal was erleben hier sniper woanders du arsch gesicht ich wäre bei der schicht klar ja ja geil oh gott ok ich kann mal meine neue knall auswählen oh wir sind in einer halben minute da ich kann mal meine neue aus ich kann mal meine neue auswählen passt eigentlich holte ich holte ich so der ding ist ja schnell tot tschüss wo ist die die dass das er das war das so guter angreifen wir das gefühl oh god ah let's see aua, aua, aua let's do that and fall, oh tschüss job so das wäre dann das lager gewesen weil es jetzt mein lager ist danke da ich habe mal einiges an arbeit gemacht aber egal so okay, der geht mir echt auf den Keks früher war es so schön hier na hey da ist tot so, äh, Pirat nochmal naja, mach ich ne, im Wald ermordet, den ermorde ich jetzt komm, packen wir ah, ich bin heute wieder, ich bin heute wieder Meister im Waldkastenbogge da ist ja hier auch eher so ein Gebiet, was er jetzt nicht so geil ist, weil wir auch Bukata war und so sind, also hier ist ja wohl so ne gefährlicheres Gebiet, in dem ich ist sicher ja gut, dass ich benötige, da verstecken, das wäre auch ziemlich bescheuert ich weiß nicht wie bescheuert die sind aber das wäre schon echt geknackt so, äh, ja, da würde ich sehr gerne, ey, du, wir werden jetzt verrecken, ne, würde ich sagen, na, na, wer ist denn hier, wer ist noch der Griecher? findet alle außer ihnen ist es mir jetzt schon auf den keksel ist nicht mal eine minute lebst du sniper und du gehst mit auf dem keksel ja wo er typ nicht kennen muss wollte ihn anders suchen oder was das so alle empfehle ich getrinkt 2 sogar warum ich auch zwei bekomme keine ahnung dann nehme ich okay vergessen kann aus so was das ist das nicht schon mal genommen aber ich werde nicht gespeichert das kann ich ja sein dass ich auch vergessen habe wo habe ich jetzt die beiden oder habe ich nicht vergessen weil keine ahnung 1 2 3 3 noch 456 77 fähigkeiten die ich anfang freischalten kann dafür steht hier noch vor ich glaube ja wohl es ist ein bisschen knapp wer fährt wenn jetzt ja ok leute ist immer weggegürtter kerl wer wird das für die mann es hält in meinem einfach weg zu klötschen soja das ging also schon von tantrum snapper aber man kann die allein wieder maus sich auswählen das wäre es war nicht ziemlich geil obwohl das nämlich die knarke leichte innen was sowas sind die hatten es wäre so geil wenn man so in der hocke sprinten könnte dass du die feiern du bist der besonderer Oja, geil. Ne, ist er nicht. Killing. Oh Gott, bin ich tot. Ich muss ja gucken, woher... Ah, du bist da. Ah ja, und den muss ich leider... Den muss ich anders kennen. So, den muss ich anders kennen. Na gut, dann gehe ich halt andersrum. Ich stecke dir das Messer von hinten ins Herz oder so. So, wenn du es halt so willst, gerne doch. No problem. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld verdient. Das ist ganz gut. Das will heute, wollte ich eigentlich auch. Und ich brauche auch ein paar mehr Geld. Na, ich will immer das Glück haben. Und dann, wenn ihr das Relikt habt, dann mache ich die andere Aufgabe, um auch ein bisschen wieder in Geld zu kommen. Ich habe gleich die Geldnot gerade. Merke ich irgendwie gerade. Wir kommen dann zu der Aufgabe. Oder ist die Aufgabe oben oder ist der Ding unten? Hey, Schweinchen. Na gut, hier könnte schon eins sein. Naja, aber das würde sogar passen. Das ist hier so ein, äh... Ja, ja, dann ist es. Sag ich ja. Das würde sogar passen. Ah, noch ein schönes, wunderschönes Relikt. Ich meine, die Hälfte haben wir sowieso schon. Insofern, es sind ja nicht mehr halt so viele Relikte. Wo ist die andere, wo ist die Quest? Die Quest ist noch weiter unten, ne? Warte. Wie ist denn sie denn? Na. Okay. Kann man da runterspringen, ohne da den... Verwecken? Ja. Geht. Er soll wieder hochkommen. Okay, dann ist heute... Na gut, dass hier keiner hingeht, ist klar. Das findet auch kein Schwein. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das schon so gemacht haben, in der Form. Ne. Ich glaube nicht. Ja, ich drück Wege und dann fängt es los. Ähm... Ja. Oh, aber sehr, sehr knapp. Ja, na gut. Ja, ist dann scheiß. Danke. Ah, was weiß ich. Wenn nur alle Fahrer so schnell werden wie du. Ah. Sind aber nicht alle so schnell wie ich. Alle so cool wie ich. Das ist so. Achso, das ist das Gebiet hier, was wir eben noch waren. Achso, ja. Ja, stimmt. Hier ist ja noch ein Gebiet. So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir zum Abschluss der Folge mal, äh, die Rackettprüfung noch machen? Wollte ich so... Ja, machen wir doch. Zum Abschluss der Folge machen wir diese Rackettprüfung mal ganz kurz. Machen wir mal ein bisschen... Noch ein bisschen Erfahrung zu punkten. Guten Tag. Danke da. Wäre eigentlich nötig gewesen, aber... Oh, ja, das... Ist immer der Fall. Weißt du, das hälst du ein paar... Jetzt, ja. Das ist ein unserer. Achso. Entschuldigung. Na, pass auf. Pass auf, wo du fährst. Auf was denn? Hier noch ein paar Norbis. Okay, ein bisschen aber nicht weg. Dadurch das, äh, durch das andere Gebiet kommen noch ein paar. Okay. Ja, das ist zwar schon die meisten, aber, ähm, ja. Ernsthaft? Ist jetzt wirklich so langsam? Guten Morgen. Wohl mal. So. Ähm... Okay. Ähm, jagt mich doch, ähm... Schöne, fliege ich mir mit meinem Waffen-Ripper. Achso. Genau, da ist mein Waffe. Konrad-Waffe. Konrad-Waffe. Ah, das ist mir zu viel für meine Gate-Waffe. Zack. Zack. Ich hab den Heli damit geh'n. Ich hab den kaputt, kann auch noch. Ich hab das kaputt, dass ich ab kann auch noch. Ich geh' halt. Ich hab' noch nie so viel Granate auf einmal geworfen, glaub' ich, mit meinem Leben. Aber gut, spiel. Ah, ja. Ah, jod. Ich hab' noch wofür. Geheil dich! Nicht sterben, du Gott. Ah. Du nichts. Ich hab' auch get Morgen. So. So. das war ja auch einiges in ergie und sehr schon lange wieder tot gewesen ganz froh dass ich eigentlich halt in der gegner damit ist auch jetzt gleich geschafft der wenigen zeit hier gut wir haben alles geil das war eine kleine granat action das war ganz lustig gut dann würde ich sagen im nächsten paar sammeln wieder wie ein paar dinger von denen ja ein nicht mal das sind viele viele 1 2 3 4 5 6 sachen ja diese mission hier machen kann mit dem ist am boden fest kann diese mission als normal ist die mission und dann laufen wieder mal alles ab und dann müssen das nächsten part an auch fertig aber sonst haben wir alles na ja außer die hauptmisschen haben und alles da kommen wir uns nämlich gleich hier weiter ausbreiten ja leute da würde ich sagen aber euch hat dieser folge wieder spaß gemacht wir sind es nicht mal wieder bis dann leute und tschüss